Mischling Ciro ist ein wahrer Wildfang, aber mit Manieren. Der zweijährige Rüde weiß, wie er an seine Lieblingsnacks kommt. Hilft sein lieber Hundeblick nicht, dann zieht immer das Fötchen. Aber leider kann Ciro nicht alles essen, denn der hübsche Mischling hat eine Lebensmittelallergie und kam deswegen ins Tierheim Waumau-Insel. Frisst er zu viel Falsches, dann verliert er Fell und Gewicht. Sein neues Herrchen sollte also nicht nur darauf achten, was Ciro verputzt, sondern sich auch genügend Zeit für Spiel- und Kuscheleinheiten nehmen. Ciro ist nämlich ein sportlicher Kerl und hat eine Menge Ausdauer. Mit Kindern kommt er eher nicht so gut zurecht. Gegen andere Hunde hat er aber nichts. Anemone und Ajax sind zwei wirklich energiegeladene Jungspunde. Die Hündin mit dem lockigen Fell und ihr Bruder, ganz nach Papas Schnauzer, warten im Tierheim Waumau-Insel auf ihre ersten Herrchen oder Frauchen. Sie kamen als Welpen mit ihrer Mutter und zwei weiteren Geschwistern ins Kasseler Tierheim. Die anderen haben bereits ein liebevolles Zuhause gefunden. Jetzt fehlt nur noch ein warmes Heim für Anemone und Ajax. Am besten ziehen sie bei Menschen mit viel Verantwortungsbewusstsein und viel Zeit ein. Denn die verspielten und manchmal auch wilden Kerlchen müssen das Hunde-ABC erst noch lernen. Das war's für Anemone und Ajax.